schön dass ihr wieder dabei seid ich habe mir gedacht ich probiere es noch mal an diesem glockenturm dahin verpisst euch verpisst euch auch dringend mehr munition wow oh ja 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 Prozent Prozent da Prozent ich bin die nicht die Molotow-Wolfsjagd was zur äh, war ich das? ich will kein Raketen es muss einen Weg geben es ist es ist Was ist das? Schlägst du Alarm? Aber wie komme ich jetzt da hoch? Wie komme ich da? Oh oh! Oh... Das... Nichts gut... Ja... Kommt vor... Ah... Ein Schlückchen Kaffee... Lecker! Die Frage bleibt bestehen... Wie komme ich da hoch? Wann fängt ich hier draußen gleich wieder Wölfe oder? So... Hier... 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 Irgendwo hoch... Nein... Warum auch? Obwohl das sieht gut aus... Hier... Hier... Los geht's! Los geht's! Mühe und alle! Los geht's! Los geht's! Bitte, binde uns los! Verdammt! Den ganzen Tag, die ganze Nacht! Diese Glockentürme hören nie auf zu senden! Doch doch, die hören irgendwann auf. Wie komm ich da hoch? Ich war sicher, dass ich sterbe! Ich schulde dir was! Also... Wir waren... ...vor wir fallen sind. Diesmal laufen wir erst nach vorne und dann zur Seite. ... 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 Die kommen hier glaube ich nicht mal lebend runter, oder? Essen. Hier gibt es keinen Weg hoch oder runter. Wie kommen die Viecher hier rauf? Das ist noch so eine Kletterstelle. Da komme ich auch nicht ran. Jetzt wirf halt bitte einfach nur deinen scheiß Haken da hoch. Was zum... Oh, fuck. Oh. Oh. Oh, oh. 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 So schön, damit wird er jetzt verledigt. Aber es bringt mir halt alles. Ich komm da nicht hoch. Okay, wie schaut's da hinten aus? Wir müssen uns einfach weiter umsehen. Irgendwie müssen wir da ja hochkommen. So, wie schaut's hier aus? Fünf Millionen Umwege. Nein. Nein. Jetzt wird's Nacht. Abhang, Gegner, aber kein Weg nach oben. Oh. Oh. Ich fürchte, ich muss über die Brücke dahinten. Aber über die bin ich doch damals rübergekommen. Ich hab keinen Zugang zu Nordkürat. Was soll heißen? Das reizt mich jetzt irgendwie. Ich bin ein Zugang zu Nordkürat. Amateure. Ist die Brücke zu, oder? Tatsache. Kondom hat er dabei. Das mit dem Timer ist jetzt wieder... Das reizt mich. Von wo denn? Was? Scheiße. Nein, 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 nein. Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Kommunikation. Die Funktürme in Kürat sind alleiniger Besitz von Pagan Min. Diese Türme zu manipulieren ist ein schweres Verbrechen. Wenn Sie jemanden beim Bestand... ... Achso, ich dachte schon, der belebt das gerade wieder. Das Schweigen. So. Wenn ich so weitermache, werde ich noch Tage für diesen EINEN einzigen Turm brauchen. Nein, nein, nein. Dust ja! Du kannst doch jeden E-Versatz! Tada! Meine meine Brüder wird dich holen, Gale! Äh... Ja. Okay. Hey! Das Parganzzorn. Hey! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 grünes kraut wo und spritzen wieder voll ja 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 Nein! Nein! Chur, da warst du noch einen? Chur, da warst du noch einer... Ach das war's schon... Das wird sich nicht so beeindrucken. Cooles Plot. Das hat mich jetzt aber wieder komplett von meinem Weg abgebracht. Aber immerhin, hey wir haben was erlebt. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Mit Granaten auf Wölfejagd. So macht man das. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Aber ich hab mir in den Kopf gesetzt, genau diesen Turm jetzt zu holen. Und das werde ich auch machen. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.